Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft Battle for Aetheroth. Mein Name ist Rotmack und wir sind momentan in Nagrand unterwegs, um genauer zu sein in Garada. Und da müssen wir noch einige Quests abgeben. Ihr seht, wir haben einiges abzugeben und wir dürfen dann auch weitermachen. Ich denke mal, wir werden dann eher hier in dieser Richtung erstmal weitermachen. Wobei auch Konstruktionslager-Hass ist natürlich hier ein Thema. Ja, mal schauen, wo wir dann hin müssen. Wir haben hier unten Festung Kill Sorge, auch noch eine Quest und beziehungsweise einen Quest Hub, den wir da dann angehen können. Wir geben erstmal die Quests ab und schauen mal, wo es uns weiter hintreibt. Und dazu gehen wir eher erstmal runter zum großen Lagerfeuer der Farbfinder und fragen da mal nach, wie es denn aussieht mit unseren Belohnungen. Äh, falsche Taste. Was macht das schon? Die Großmutter liegt im Sterben. Das Leben ist nicht lebenswert. Okay. Er ist ein bisschen depressiv eingestellt momentan. Garrosh. Okay, Gisela, die Alte, die haben wir noch nicht gefunden. Hm, speziell. Stecke beweisen. Habt ihr etwas, das ihr mir zeigen möchtet, Rotmec? Ja, ich hab Obsidian-Kriegsperlen. Wie wär's damit? Ihr seid wirklich ein starker Verbündeter, Rotmec. Den Ogern der Scherbenwelt, Auge in Auge gegenüber zu treten, ist nichts, was jeder einfach so tun kann. Oh, ich weiß, aber ich kann das. So, gesucht, Zorbo, der Berater. Dies ist ein großer Sieg für die Bewohner von Garada. Gut gemacht, Rotmec. Das höre ich auch des Öfteren. So, mehr Kriegsperlen kann ich da noch mehr abgeben. Ja, ich kann sogar noch mehr abgeben. Gehen wir auch gleich ab. Ja. Gibt noch mehr Erfahrungspunkte, beziehungsweise Rufzuwachs gibt das bei der Fraktion Maga. Um 500 verbessert. Ähm, ja, den Rest behalte ich mal. Ich hab gar nicht mehr mehr, um abzugeben. Wo muss ich denn hier noch eine töten? Das wäre hier, ne? Gesucht Giselda, die Alte. Wäre da unten, ja. Werden wir später sicherlich noch runtergehen. Aber erst einmal geben wir hier noch weitere Quests ab. Wie zum Beispiel da unten beim Erdneren Ring. Da haben sie sich versammelt. Die Söhne des Blitzschlags. Ja, das sind alles Söhne des Blitzschlags. Gar kein Erdneren Ring. Leute mehr da. Okay. Schafseer Kurkurs. Tut es für uns. Weil wir es nicht für uns selber tun können. Ja, hab ich gemacht. Hier, finster Blutgötzen. Ihr habt den Söhnen des Blitzschlags neue Hoffnung gegeben, Rottmeck. Wenn unsere Anführer uns schon nicht beschützt, vielleicht könnt ihr es andere tun. So wie ihr. Natürlich, das gibt mir hier... Oh, eine neue Brustplatte. Die nehmen wir natürlich gerne an. Ja, sehr, sehr gerne. Nehmen wir. Seid sicher. Dankeschön. 7 Rüstung mehr, 4 Stärke, äh, 4 kritische Trefferwerte mehr, 2 Stärke mehr und 3 Ausdauer mehr. Da sagen wir nicht Nein und nehmen das Ganze. So, dann gehen wir hier mal weiter zu Korguk. Korhuk. Schafseer Korhuk starrt Gedanken verloren auf den Boden. Er nickt zustimmend. Schafseer Korhuk wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Der Sohn ist der Vater. Mögen die Geister gnädig zu denen sein, die ihm im Wege stehen. Ne? Kraft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was ich hier abgebe. Aber egal. Hauptsache, er ist zu Tränen gerührt. Die Finsterblut Zerschlagenen haben wir somit erfolgreich beendet. Sehr gut. Nehmen wir gerne an. Ihr seht, 2013 das erste Mal erledigt. Das ist schon eine Weile her. Kann man so sagen. So. Dann haben wir hier Schafseer Margadesh. Raus damit. Bringt mir den Kopf ihres Anführers, Rodmack. Da habe ich gebracht. Hier ist er. Das ist also das Gesicht unseres Feindes. Ich werde den Kopf aufspeisen lassen und außerhalb von Garada aufstellen. Sollten sie je wagen, uns nochmal anzugreifen, werden sie den Folgen ihres Handels in die Augen sehen müssen. Das ist eine gute Idee. Es gibt ein paar Hosen und auch die sind besser als die bisherigen Getragenen. Wir haben da 6 Rüstungen mehr, 19 kritische Trefferwerte mehr, 3 Stärke und 5 Ausdauer mehr. Aber Vielseitigkeit um 13 reduziert und auch Tempo wird um 10 reduziert. Was glaube ich nicht so schlimm ist bei momentanen Krieger. Waffenkrieger zumindest. Und ja, somit haben wir alles abgegeben. Ja, die Leute haben keine neue Quests für uns gehabt. Ich fliege da doch mal drüber, um zu schauen, ob es da irgendwo neue Quests für uns gibt. Aber das sieht nicht so aus. Und dann würde ich sagen, komm wir gehen trotzdem erst einmal Konstruktionslager machen. Denn dann haben wir diesen Teil hier auch gemacht. Ja, dann können wir hier so im Gegenuhrzeigersinn quasi ganz nahrand abschließen. Wir haben Level 73 und sind auf 39% des Levels. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn wir hier mit Nagrand fertig sind, dass wir da tatsächlich so um die 76 sind. Vom Level her. Da oben gibt es noch eine Quest, die nehmen wir auch gerne an natürlich. Wo ist sie denn? Hallo? Da unten. Da unten ist einer und zwar der Rekrutierer des Konsortiums. Eine sehr interessante Sache. Schauen wir uns diesen Typen mal genauer an. Das Konsortium. Das sind ganz interessante Dinge. Also, die Dinge. Wesen. Das sind keine Dinge. Das sind Wesen, Rotmeg. Das sind Wesen. So, die Dinger. Die Wesen. Die sind ja Händler, ne? In der Welt von Warcraft. Meine Organisation, das Konsortium, sucht nach talentierten Personen, wie ihr es seid. Ihr werdet kaum ehrlicher und härterer arbeitende Astrale als uns in dieser Gegend hier finden. Alles, was wir verlangen, ist Loyalität, Einsatz und ein vernünftiges Maß an moralischer Flexibilität. Wenn ihr Interesse habt, sprecht mit Getze, unserem Anführer hier. Ihr findet ihn beim Aeris-Steg nördlich des Oshu-Bohns. Werden wir uns da auch mal auf den Weg machen. Das ist hier unten. Und da ist das Konsortium. Und ja, ihr seht, wenn wir hier dem Gegenuhrzeiger sind, folgen auf dieser Insel, dann werden wir da auch gleich hinkommen. Wir werden aber erstmal hier Konstruktionslager Hass machen. Ich erhoffe mir, dass wir das in dieser Folge beenden können. Das Kapitel quasi. Denn jetzt sollte es dann doch ein bisschen schneller vorangehen. Wir haben relativ viel gemacht. Und ich habe immer noch das Problem, dass die Karte so groß ist und ich die nicht mehr verkleinern kann. Weil hier oben das Add-on mir die Sicht darauf nimmt. Das ist so ein bisschen blöd hier. Ich muss das mal irgendwann deaktivieren, damit ich die Karte wieder minimieren kann. Aber was soll's? Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung. Wir müssen hier hin. Dann sehen wir das auch auf der Minimap hier unten. Und können dem so folgen. So, kann ich die Minimap noch irgendwie verkleinern? Ich habe das Gefühl, das ist relativ, äh, hä? Wo kann ich denn hier verkleinern und vergrößern? Bin ich bescheuert? Ha, bin ich bescheuert? Das war doch irgendwo. Das war doch so ein Plus- und ein Minuszeichen. Aber irgendwie öffne ich hier jedes erdenkliche Add-on, das ich habe. Aber ich kann hier nicht... Ah, okay. Geht einfach so. Ganz einfach. So. Aber da wollen wir hin. Uh. Was haben wir denn da für zwei Kollegen? Das sieht ja sehr interessant aus. Altruis. Stehen wir doch mal richtig hin hier. Altruis, der Leidende. Und was haben wir da unten? Die Kleine. Wo ist die jetzt hin? Da war doch noch eine Gnomin. Oder war das ein Spieler? War das ein Spieler? Kann natürlich auch sein. Naja. Altruis. Der hat auch nichts zu sagen. Der hat keine Weißen. Okay. Was steht ihr? Was seht ihr, wenn ihr nach Westen schaut, Sterblicher? Ich sehe verbogenen Stahl und rieche zerrissene Erde. Wisst ihr, was ich sehe? Vorzeichen einer Invasion. Ja, der Meister war weise, die Portale zu stehlen. Aber seitdem hat er, wie soll ich es sagen, seinen Fokus verloren. Ja, Fokus. Durch diesen Verlust hat die Legion eine Chance erhalten. Sie sickern langsam durch. Ihre Zahl wächst täglich. Die Legion? Die brennende Legion. Dämonen. Ich sehe sie so klar, wie ihr eure eigene Hand vor Augen seht. Das heißt, bisher konnte ich das. Mit dem Rückkehr der Legion gibt es auch neue Machenschaften. Unter normalen Umständen kann ich die Präsenz eines Dämonen über tausende Schritte weit wahrnehmen. Altruis verzieht das Gesicht. Und nun? Sie weichen mir aus. Ich kann nicht mehr hinter ihrer Verteidigung sehen. Sie haben Schutzzauber platziert, um der Entdeckung zu entgehen. Altruis zeigt nach Westen. Sie fürchten uns, weil sie wissen, dass wir uns vor nichts fürchten. Die Kosten für diese Macht sind hoch. Die Opfer viele. Wie seht ihr sie jetzt? Altruis wendet sich euch zu und lächelt. Das tue ich nicht. Altruis zeigt auf sein Reittier Nephrandamus. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie in diese Konstruktionslager fertigstellen. Bevor sie diese... Hä? Wir müssen sie aufhalten, bevor die in diesen Konstruktionslager fertigstellen können. Was immer sie da auch bauen. Konstruktionslager? So werden die Bauwerke genannt, die hier in der Landschaft verstreut sind. Die Legion beschäftigt die Moark und Gangar, um in diesen mobilen Konstruktionslagern Massenvernichtungswaffen herzustellen. Ich möchte nicht wissen, was sie vorhaben, hier in Nagrand zu errichten. Ihr sollt meine Augen sein. Eure Waffe soll mein Zorn sein. Okay. Okay. Er nannte sich Altruis. Überrascht euch, meine Aussehen. Wisst ihr, was ich bin? Ja, ein Dämonenjäger. Habe ich auch schon gelesen irgendwo. Irgendwo habe ich das schon gelesen. Und ja, gebt mir mal eine weitere Quest. Inspektion des Lagers. Wenn ihr meine Augen sein wollt, müsst ihr sehr sorgfältig sein. Nephrandamus wird euch durch die Lager der Legion führen. Aber ihr müsst alles, was ihr seht, kategorisieren. Selbst das kleinste Detail. Und wenn es euch noch so unwichtig erscheint, kann es für unsere Zwecke hilfreich sein. Ich habe keine Angst. Ich habe doch keine Angst, Freund. So, hier erstmal runtergestiegen. Und dann aufgestiegen. Ich bin bereit. Aha. Bereit, das Land zu untersuchen. Los geht's. So, diesen Nether Drachen kann man sich ja auch erkämpfen. Und zwar im Schattenmontal. Und da habe ich mir diesen Drachen mühevoll zusammengefarmt. Aber, Freunde, die Mühe lohnt sich, kann ich euch sagen. Das ist einer der geilsten Reittiere, wie ich finde. Die es in World of Warcraft gibt. Absolut. Also, ich bin ein großer Fan von diesen Drachen. Und da konnte man den auch schon reiten, beziehungsweise fliegen, bevor man ihn überhaupt besaß. War so ein kleiner Teaser, was dann später kommt im Schattenmontal. Auf jeden Fall war das ein richtig geiles Tier. So, wo sind denn diese Lager jetzt? Jetzt fliegt er hier im Zeus rum, aber wir finden irgendwie diese Lager nicht. Konstruktionslager, die sind ja da unten. Hass haben wir gesehen, aber da unten ist doch Konstruktionslager. Furcht! Also, Konstruktionslager inspiziert, ist noch nicht abgeschlossen. Freunde, Freunde. Da ist ein... Ne, das ist ein Ogerlager. Das ist kein Konstruktionslager. Wobei... Doch, das sieht nach einem Konstruktionslager aus, oder? Da ist ein Portal. Ja, ja, das kann gut sein. Sind die Zwielichtshöhen. Ähm... Ja, ja, die sind hier, die wollen das Portal wieder öffnen. Da müssen wir natürlich irgendwas dagegen machen. Ist klar. So, jetzt gehen wir runter. Die Zwielichthöhe ist hier. Da haben wir Konstruktionslager Hass. Und jetzt gehen wir noch zum Konstruktionslager Furcht. Das ist irgendwo da drüben. Also, jede Menge Dämonen hier. Die brennende Legion. Ich glaube, ne... Eigentlich ist es jetzt eines der ersten Male in unserem Let's Play, wo die brennende Legion so auch wirklich benannt wurde. Ich glaube, wir hatten bisher noch nie mit der brennenden Legion an sich so zu tun. Die war ja auch in Classic nicht das große Thema. Überhaupt nicht. Das war ja erst bei Burning Crusade. Dann das Thema, dass die brennende Legion hier irgendwie mal war. Aber die sollten ja hier jetzt noch nicht großartig sich aufgepauscht haben. So. Inspektion des Lagers. Ausgezeichnete Arbeit, Rotmach. Jetzt haben wir einen Ausgangspunkt, um unsere Gegenangriff zu planen. Das ist gut. Dann lass mal planen. Solange die Transporter noch stehen, ist nichts, was wir gegen die Konstruktionslager unternehmen von Dauer. Wir müssen einen Weg finden, die Gebäude der Legion zu zerstören. Ich brauche Zeit, um meinen Angriffsplan auszuarbeiten. Wenn ihr die Ingenieure und Tüftler eine Weile beschäftigen könntet, würde das ihre Fortschritte verlangsamen. Und ich hätte die Zeit, die ich benötige. Okay. Heißt, wir sollen hier eine gute Anzahl an Konstrukteuren und Ingenieuren und Tüftlern und Teufelswachen töten. Das ist natürlich was, was wir können, ja. Das ist genau mein Ding. Und da beginnen wir doch gleich mal mit dem ersten Legionär hier, den wir da sehen. Und ja, wir wissen, die Kanonen sind auch angriffig. Die hatten wir, die hatten wir schon bereits im, auf der Höhlenfeuerhalbinsel. Diese Kanonen. Die können uns auch angreifen. Müssen wir auch zerstören. So, gar kein Problem. Ähm, gleich geht's weiter. Hier sind Ingenieur. Hier sind Tüftler. Die Tüftler, das sollte eigentlich relativ rasant gehen. Die sollten nicht so viel aushalten. Müssen auch acht Stück davon töten. Vier sind bereits tot. So, Maldes Kiliaden. Ähm, ich frage mich gerade, ob das immer noch aktiv ist. Legt dies von Aldor in Shadrat als Beweis vor, dass ihr einen niederrangigen Anhänger der brennenden Legion getötet habt. Ja, Shadrat ist natürlich auch noch ein Thema. Die große Hauptstadt quasi von Burning Crusade. Die Frage ist nur, ob wir die großartig erleben werden in diesem Let's Play. Denn, ähm, wir sind ja schon relativ gut drin, was den Level angeht. Und müssen dann mit 80 auch schon wieder weiter. Oder was mit 90? Ne, mit 80, oder? Mit 80 geht es weiter und ich bekam schon, ähm, Anschriften von werten Zuschauern. Die sagten hier, Pandaria möchten sie sehen. Also Pandaria momentan ganz klar vorne. Ähm, ich selber bin ja auch eher für Pandaria dann als für den Kataklysmus. Aber ihr könnt natürlich weiterhin schreiben, was ihr lieber sehen möchtet. Man muss sich da entscheiden, ob wir da nach Pandaria gehen können oder den Kataklysmus erleben wollen. Und, äh, momentan würde ich dann doch sagen, gehen wir eher nach Pandaria auch. Was die Leute hier an Antworten gaben, ist ganz klar Pandaria. Ja, so. Jetzt brauchen wir hier noch einen Ingenieur. Oh, wie viel brauchen wir denn da noch? Ingenieure haben wir voll. Das sind drei von drei. Das sind alle tot. Brauchen wir nicht mehr mehr. Was ist denn das für einer? Demos Aufseher. Oh, oh, oh. Ja, den Aufseher lassen wir erstmal noch liegen. Der ist sicherlich später ein Thema. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nicht Drohruf. Ich wollte eigentlich hier, ne. Aber ist egal. Haut halt einer ab. Den bekommen wir schon wieder. Ein Legionär muss ich auch noch töten. Da wäre er dann. Dann hätten wir das bereits komplett. Dann hoffen wir, der gute Dämonenjäger hatte genug Zeit, um einen Angriffsplan zu erstellen. Damit wir hier auch die Konstruktionslager tatsächlich auch weghauen können. So, Arbeit abgeschlossen. Wir gehen zurück. Wir fliegen mit unserem eisernen Portodrachen zurück. Und geben das hier ab. Ich finde das richtig schön gemacht hier auch, wie die Herden plötzlich einfach davonrennen. Das macht das Ganze so ein bisschen stimmungsvoll, ne. Muss man schon sagen. Also Burning Crusade war sehr stimmungsvoll, meiner Meinung nach. Passt ganz gut. So, was haben wir denn hier für ein Dranai? Oder was ist das? Das ist ein Dranai. Verpiss dich. Wie ich es mir dachte. Es gibt keinen normalen Weg, Teufelstahl zu zerstören. Es ist aber noch nicht alles verloren. Alle Konstruktionslager haben einen Meisterplaner. Der Meisterplaner bestimmt, welche Gebäude im Konstruktionslager vorhanden sein müssen und wie sie platziert werden. Zudem werden diese Informationen auf Blaupausen festgehalten, die der Planer bei sich trägt. Wir brauchen die Blaupausen des Meisterplaners. Mit solchen detaillierten Informationen können wir einen meiner Bekannten dazu bewegen, uns etwas Unterstützung zu schicken. Such den Meisterplaner, der Moark, und stehlt seine Blaupause. Er wird sich hinter dem Konstruktionslager aufhalten. Ja gut, dann werden wir den suchen. Wobei suchen natürlich übertrieben ist. Wir haben den natürlich hier markiert und werden uns schön dahin begeben. Dann werden wir den töten und gut ist, wie viel haben wir denn hier? Fünf Stück von diesen Mal des Kiliaden bereits. Die kann man auch gut sammeln. Sind auch wieder Gegenstände, womit man den Ruf einer Fraktion hochpushen kann. Ich glaube die Aldor ist das, ne? Die Aldor, ja genau. So, ist es der Meisterplaner? Das ist der Meisterplaner. Dann hauen wir den Meisterplaner mal weg. Damit wir dessen Blaupausen kriegen. Die könnten wir gut gebrauchen. Anscheinend. Mal Schlachtruf nutzen. Ich glaube, habe ich gar nicht aktiviert gehabt. Wie schaut es denn aus hier? Der ist down. Die Blaupause ist die unsere und wir fliegen wieder zurück. Das ist so ein bisschen ein Hin und Her hier, ne? Also wenn wir jetzt kein Flugtier hätten, dann würde das eine gute Weile dauern, immer hin und her zu laufen, beziehungsweise zu reiten. Da gönne ich mir ein Flugtier, absolut. So, da sind wir auch schon wieder. Dann hören wir uns an, was er weiter zu sagen hat. Bleibt auf jeden Fall von den Vorarbeitern fern. Sie dürfen nichts von euren Anwesenheit mitbekommen. Die Folgen könnten verheerend sein. Mein Bekannter kennt hoffentlich einen Weg, die Lager zu zerstören. Er war schließlich mal ein Ingenieur der Legion. Nehmt diese Blaupausen und reist nach Shatrat, in den Wäldern von Terorkar. Wenn ihr in Shatrat seid, geht ins untere Viertel, sucht nach einem Moark namens Sal Salabim. Er ist wahrscheinlich an der Bar und ertränkt seine Sorgen. Da fällt mir ein, dass ihr ihn wahrscheinlich überreden müsst, uns zu helfen. Versucht ihm viel Geduld und Verständnis entgegenzubringen. Wenn das nicht hilft, dann versucht er es mit Gewalt. Okay. So, dann müssen wir also in die Wälder von Terorkar. Und ja, jetzt ist die Frage, wollen wir direkt dahin oder wollen wir erst noch das Konsortium braucht eure Hilfe machen? Aber weißt du was? Ich würde sagen, wir gehen hier fest und kill Zorch. Dann töten wir hier die ganzen Gegner noch, die wir da töten müssen. Danach werden wir in die Wälder von Terorkar gehen, werden hier nach Shatrat gehen, die Quest abschließen. Und dann werden wir uns zurückporten nach Garada. Da können wir dann die Quest abgeben, die wir hier unten gemacht haben. Und können dann entsprechend wieder zurückgehen. Ich möchte das Konstruktionslager tatsächlich abschließen, wenn das geht. Wäre ganz toll, wenn wir das in dieser Folge irgendwie hinkriegen würden. Mal schauen, ob das tatsächlich geht. So, wir haben hier noch jede Menge Gegenstände, die ich da ein bisschen drauf platzieren will, damit wir die auch mal verkaufen können. Ja, das wissen wir jetzt. Das Zeug kann man verkaufen. Hier ist was zum Heilen. Das brauchen wir hier. Muss immer alles schön angeordnet sein. Ich liebe das, wenn ich da eine gewisse Ordnung habe in meinem Beutel. Finde ich schon eine wichtige Sache irgendwie. Finde ich sehr, sehr wichtig. So, hier müssen wir hin, um die Dinger zu töten. Vielleicht werden wir noch irgendwo auf dem Weg dahin etwas Erze finden. Wir werden aber da nicht große Umwege machen, um irgendein Erz noch abzubauen. Aber wenn da was auf dem Weg ist, dann nehmen wir das natürlich gerne auch mit. So, finde ich sehr speziell, dass wir hier quasi hin und her fliegen müssen noch. Der hätte einfach seinen Drachen losschicken können. Er hat auch nichts gesagt davon, dass ich mit dem Drachen reiten könnte. Habe ich jetzt gar nicht versucht. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, dass wir vielleicht mit dem Neferdrachen nach Shadrat hätten fliegen können. Wer weiß. Aber er hat nichts davon erwähnt. Von daher gehe ich mal davon aus, das wird nichts. Oder wäre nichts gewesen. Was aber was sein wird, ist, dass wir erst einmal versuchen werden, mit dem Typen zu reden. Und wenn er nicht will, dann kloppen wir ihm die Hucke voll. Bis er uns helfen wird. Und dann werden wir diese Konstruktionslager zerstören. Und, ja, werden einfach weitergehen. Wie wir es immer machen, ja. Eigentlich sind wir schon eine richtig fiese Sau. Wir zerstören Sachen, wir töten irgendwelche ganzen Rassen, ja. Wir töten ganze Völker. Und dann verpissen wir uns und gehen weiter. Alles so einfach. Und wir gelten auch noch als der Gute hier. Das ist schon Wahnsinn. So, da drinnen sollte also die Gesuchte sein. Dann werden wir die mal hier töten. Und die Todeseinhörige, Todeshörigen, müssen natürlich auch alle sterben. Damit wir das Geld eintreiben können. Das Kopfgeld. Die Zelda, die alte. Da ist sie, die alte Schachtel. So, hier mal, komm. Ja. Nichts mit Gedankenschlag. So, einmal schön rumdrehen hier. Bis einer kotzt. So, haben wir das erledigt. Haben wir das bereits erledigt. Da gibt es eine Kiste, die ist aber verschlossen. Wäre was für ein Schurken zum Beispiel. Wir müssen aber noch ein paar von diesen Gegnern töten. Wie viele denn noch? Äh, Giselda ist tot. Wir müssen noch sieben von diesen Todeshörigen töten. Machen wir natürlich. Gar keine Frage. Ich frage mich nur gerade, ob wir da nichts anderes noch mehr machen müssten. Dann da unten. Die haben extra eine ganze Festung erbaut. Nur um dieses Kopfgeld einzuheimsen. Ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir später nochmal hin. Haben wir jetzt ein bisschen vorgegriffen. Aber ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir können hier noch was erledigen auf dem Weg nach Stadrat. Weil sonst wäre es auch ein bisschen langweilig geworden, da alles runter zu fliegen. Ohne irgendwas auf dem Weg machen zu können. So, wie schaut es aus? Kommt da noch ein bisschen mehr helfen? Ja, kommt alle her. Kommt alle her. Genau so gönne ich mir das. Kommt alle her und sterbt den Tod. Meiner Klinge. Ja, eine Axt fehlt immer noch. Immer noch die verdammte Axt, die der Rotmeck nicht kriegt. Ich meine, wir sind jetzt schon eine Weile hier in der Scherbenwelt. Und ich weiß noch, dass die Äxte hier ein sehr spezielles Design hatten. Alles so außerirdisch, strahneimäßig. Und wir haben noch keine davon gesehen. Die gefallen mir ehrlich gesagt auch nicht so. Tatsächlich nicht. Aber was will man? Oh, einen neuen Helm. 16 Vielseitigkeit mehr. 9 Tempo mehr und eine Rüstung mehr. Dafür 13 kritische Trefferwerte weniger. Aber angezogen wird der Helm. Und sieht tatsächlich besser aus als der bisherige getragene. Und ich glaube, wir haben sogar alles schon erfüllt. Wir müssen eigentlich nichts mehr machen da. Ja, also töten wir noch diese Diener. Und dann werden wir uns hier verpieseln nach Shadrat. Die Quest wurde erledigt. Wir haben hier nichts mehr verloren. Gibt auch einen Ruf bei der Magar. Das ist natürlich super. Nehmen wir auch gerne an. Und es gibt sogar einen neuen Gürtel. Alter, was ist denn heute los? Ja, eine kritische Trefferwerte weniger. Ja, dafür eine Stärke, 3 Rüstung, 7 Vielseitigkeit und eine Ausdauer mehr. Nehme ich gerne an. Neuen Gürtel. Also, hier dieses Gebiet. Ganz bestimmt nicht so schlecht, um ein paar neue Gegenstände ausfindig zu machen. Ist natürlich super. So, jetzt müssen wir mal schauen. Shadrat. Was hat der gesagt? Im unteren Viertel oder so. Das untere Viertel hier. Da müsste er irgendwo sein. Ist nicht markiert. Der ist nicht markiert. Ich muss den selber suchen. Das größte Rätsel von World of Warcraft. Wenn es nicht markiert ist. Da müssen wir tatsächlich selber suchen. Zum Glück lesen wir die Questtexte und wissen, dass sich der Typ in dem unteren Viertel aufhält. Und dass er einer dieser Magosch oder wie die Dinge heißen. Dass er einer von dieser Rasse ist. Werden wir also schon finden. Habe ich das Gefühl. Erst einmal fliegen wir mit unserem Drachen hier rauf. Und wir wollen mal schauen, ob da Shadrat sich direkt hinter diesem Vorgebirge sich befindet. Da haben wir wieder Gegenstände, die wir dann schön verkaufen können. Gibt auch wieder Gold. Wir haben 967 Gold mit diesem Charakter. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die 1000 sind schon fast voll. Wir müssen natürlich gut aufsparen, um dann auch in Pandaria fliegen zu können. Weil das erleichtert uns natürlich sehr viel. Müssen wir nicht immer alles hier rumlaufen. Ihr seht es beim Laufen, das ist schon... Wenn wir da alles laufen müssen, das wäre eine eigene Geschichte. So, da drin sehe ich auch. Können wir eine Quest annehmen. Mal schauen, ob wir das wollen. Wer würde sich da oben befinden? Unsere Feinde werden fallen. Naja, alles klar, alles klar. Was haben wir denn hier? Forental, der Seher. Die finsteren Zeiten werden vorüber gehen. Arkane Foliante sind keine gewöhnlichen Bücher, die sich mit Arkanen Themen befassen. Ihnen wohnt eine wesenhafte Macht inne. Eine Macht, die ich in eine einzelne Arkane Rune bündeln kann. Solltet ihr auf euren Reisen einen Arkane Folianten finden, werde ich euch eine solche Rune geben. Nur die mächtigsten Magierbegabten Wesen tragen die Bücher, die ich brauche, weiß ich. Aha, so. In der Scherbenwelt sind das meistens Kells Blutelfen. Aber ihr werdet überrascht, wo solche Bücher des Öfteren auftauchen. Ja, das ist natürlich jetzt die Rufsache, dass wenn wir bei denen den Ruf steigern, wir bei den Aldor-Ruf verlieren. Ich nehme die Quest mal nicht an, weil wir uns noch für keine Fraktion entschieden haben. Hier in Shadrat kann man sich ja für zwei Fraktionen entscheiden. Wir haben hier zum einen die Seher-Treppe und wir haben zum anderen die Aldor-Höhe. Und wir müssen uns für eine dieser beiden Fraktionen dann entscheiden. Nachdem wir hier eine Tour durchs Land gemacht haben, bei der Terrasse des Lichts, können wir eigentlich vielleicht auch noch gleich machen. Finde ich eine sehr interessante Sache. Auch Story-Technisch natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Von daher würde ich sogar vorschlagen, wir machen das tatsächlich gleich im Anschluss, wenn wir den anderen Typen hier von unserem Plan überzeugt haben. Was haben wir denn hier? So eine Quest. Das ist tatsächlich eine Quest. Ich möchte aber nur, dass wir hier so das Fliegen hingebracht haben. So, ihr seht, jede Menge Quests gibt es hier. Da könnten wir uns auch noch lange, lange vertrödeln. Auch hier blaue Quests, da kann man Ruf steigern und so weiter. Was haben die denn? Ja, das sind jede Menge Aufgaben. Wir schauen uns jetzt aber das noch nicht so genau an. Wir werden jetzt erst einmal hier in die Bar gehen, im unteren Viertel. Mal schauen, wo sich dieser Typ befindet. Da hinten ist einer. Der sieht ganz danach aus wie so ein Ingenieur. Sal Salabim. Da ist er. Sal Salabim knurrt euch an und kehrt dann zu seinem schaumigen Getränk zurück. Altruis hat mich geschickt. Er sagte, ihr könntet mir helfen. Oh. Da greift er mich an. Also mit Reden ist hier nicht viel. Heißt, wir töten den einfach mal. Oder beziehungsweise hauen den so lange, bis er aufgibt. Weil töten wollen wir den ja nicht, eigentlich. So. Haben wir ihn überredet. Mit guten Argumenten. Mit schlagkräftigen Argumenten quasi. Arbeit abgeschlossen. Sal Salabim kratzt sich am Kopf. Dämonisch. Ich will Romatz Sardon. Okay. Beruhigt euch, Schätzchen. Salabim wird helfen. Plötzlich kann ich hier dämonisch. Sal Salabim lacht. Das Sal Salabims Entwurf. Sal Salabim zeigt auf die Architektur und die Anordnungen auf den Blaupausen. Schaut Türme an. Der Dämonenjäger kann nichts sehen, oder? Armer, armer Altruis. Er weinen, wenn er Augen hätten, oder? Ja. Ja. Sal Salabim helfen. Aber erst ihr helfen, Sal Salabim. Sal Salabim gibt euch einen Ordner. Diese Wesen schulden Sal Salabim Gold. Viel Gold. Gehen für Sal Salabim eintreiben. Sie werden nicht einfach rausrücken. Sal Salabim Gold. Müssen kämpfen. Aber ihr stark. Ihr besiegt Sal Salabim. Okay. Ja, dann gib mir mal den Ordner. Ist das der Ordner? Kreaturen, die Sal Salabim Gold schulden. Erstens. Rallik, der betrunkene Oger. Er verlässt nie Wirtshaus. Gemein. Hässlich. Fett. Gemein. Und sehr fett. Okay, das sind die Notizen von ihm. Alles klar. So, was wollt ihr? Ich würde von Sal Salabim geschickt, um seine Schuld einzutreiben. Eine Schuld einzutreiben. Bezahlt oder ich muss euch wehtun. Hä? Ja, der ist nicht wirklich so oft die Argumente anzusprechen. Also Kneipenschlägereien können wir hier Omas machen. Gehen einen Oger. Auch sehr interessant, ne? Oger Kneipenschlägerei. Komm her, du. So, gibt es noch was für ein Thumbnail hier? Sehr schön. Eine Kneipenschlägerei. So, und jetzt töten wir den Typen. Beziehungsweise hauen den zu Klump. Oh, wir haben ihn getötet. Ah, ich wollte nicht töten. Ich wollte da nur das Geld. Aber okay. Nehmen wir das Geld zu. Alles klar. So, wo ist die Seite 2? 2. Kuschkusch. Hat viele Gold an Sal Salabim verloren. Beispiel. Was riecht hier so? Hat versucht, Sal Salabim mit dummen Pilzen namens Glühkappen zu bezahlen. Er sagt, ist so gut wie Gold. Hä? Okay. Der sollte... Wo sollte der sein? Zwischen Zangermarschen und Terorka. Zangermarschen, Terorka. Da draußen irgendwo. Der wird sogar markiert hier. Kuschkusch. Dann suchen wir mal Kuschkusch. Wie viele gibt es denn da noch? Gibt es nur zwei Seiten? Ne, gibt noch mehr. Drei gibt es, ne? Okay. Schauen wir uns gleich mal an, wo dann die dritte sein mag. Zangermarschen, Flon. Arakoa hat viel Gold an Sal Salabim verloren. Sal Salabim hat Vogelmann getötet, weil er nicht gezahlt hat. Jetzt Geistervogelmann läuft herum in nordwestlicher Teil von Knochenwüste. Knochenwüste. Da ist die Knochenwüste. Westlicher Teil. Nie ohne Seife waschen. Hier. Also irgendwo da sollte er rumlaufen. Werden wir uns auch gleich ansehen. Aber erst einmal gehen wir hier diesen Sporregar umhauen. Ich hoffe, er bezahlt mit Gold. Ich muss ihn nicht töten. Kuschkusch. Wseh? Wseh? Ich wurde von Sal Salabim erschickt, um eine Schuld einzutreiben. Bezahlt oder ich muss euch wehtun. Was? Ich muss so einen Sporregar töten? Das wollte ich nicht. Tut mir leid, kleiner Mann. Aber wenn du nicht bezahlen willst, ne? Ist wichtig. Bezahle doch einfach. Komm schon. Bezahle. Jetzt. Ist auch gleich zu spät. Freund, tut mir leid. Das Gold ist es meine. So. Schade. Ich wollte den tatsächlich nicht töten. Wirklich nicht. Das ist, äh, ich wollte das nicht. So. Und dann haben wir hier noch den letzten Typen. Dann gehen wir da auch noch hin. Meine Güte. Wir sind schon Geldeintreiber, weißt du? Früher waren wir hier großartiger Drachentöter, ne? Wir waren, wir waren ein Held in strahlender Rüstung. Was machen wir jetzt? Für irgendeinen verdammten Dämon sogar, ne? Geld eintreiben. Freunde, das kann sie auch nicht sein irgendwie, ne? Das kann sie irgendwie auch nicht sein. Da hätte meine Mutter mehr gewollt, dass ich aus meinem Leben mache. Was will man tun? Was will man tun? So. Einmal wieder über Schadrat hinweg geflogen. In die Wälder von Teruakar. Dann schauen wir mal, ob wir hier unten in der Wüste. Die sollte, die ist hier unten. Und dann, äh, ja, wir werden dann, wenn wir den überzeugt haben, werden wir tatsächlich, äh, die, den Rundgang machen. In Schadrat. Ich finde das schon in Ordnung. Kann man ganz gut machen. Gerade auch, weil es so viele Story-Sachen drin hat. Ist es ganz sicherlich nicht schlecht. So, dann ist die Frage, wem schließen wir uns an? Den Elfen des Seas oder den Aldor? Was halt, äh, ja, das sind Elfen und das sind Dranai. Ich meine, ne? Pest oder Cholera. Ist auch nicht wirklich eine gute Entscheidungsfindung hier, die wir treffen können. Aber ich würde sagen, wir gehen eher auf die Aldor, weil, äh, Elfen... Bäh! Ne? Ihr wisst schon. Elfen... Bäh! Die wollen, die wollen wir nicht unterstützen. Sowas unterstützen wir nicht, ne? Ich bin ja kein Rassist. Aber die Elfen... Geht gar nicht. Geht gar nicht. So. Wie schaut's aus? Wo ist denn hier der Geist da? Arokar? Irgendwo hier hinten? Sollte der sein? Da steht er. Ne, kreischender Geist. Ist nicht der, da ist der andere. Naja, töten wir die auch noch. Die kreischenden Geister, ne? Hier wird nicht rumgekreischt, Freunde. Andere wollen hier schlafen. So. Die halten aber ganz schön was aus hier. Meine Güte. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Oh, kein Ziel hat er. So. Wo ist denn der Geist hin? Da ist er. Fluen. Fluen gibt eine Reihe seltsamer, kleckender und glucksender Geräusche von sich. Da greift mich einer an, tatsächlich, ne? Da greift mich tatsächlich so ein verdammter Vogel an. Diese Vogelmänner, die wissen nicht, was gut ist für sie. So. 21 Silber nehme ich mir. So. Hier Schulden eintreiben und so weiter und so fort, ne? Ernsthaft? Er hat mich schon getötet. Was kann er denn noch wollen? Er will sein Gold. Bezahlt oder sterbt. Wieder. Wieso habe ich mir gedacht, dass der das Gold nicht einfach so rausrückt? Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich männliche Intuition. So. Dann hauen wir den mal weg hier. Mit dem Vogel, der ihm gleich mal helfen will. Da wird nicht geholfen, kleiner Piepmatz. Ah, ich komme da nicht hin. Da kommt auch schon der Nächste wieder. Alter, die hören gar nicht auf, sich gegenseitig zu helfen. Finde ich ja nett und schön, dass ihr hier alle füreinander einsteht. Aber eigentlich wollte ich hier einfach nur das Geld eintreiben und dann wieder gehen. Aber jetzt muss ich hier wieder eine halbe Rasse töten. Das ist unglaublich. So. Gold eingeheimst. Haben wir komplett. So. Und ihr seht, auch hier hätten wir jede Menge schon zu tun. Quests, die wir abgeben könnten und so weiter. Ähm, ja. Mal schauen, ob wir hier die Wälder von Terroakar überhaupt machen können. Oder ob wir da tatsächlich dann einfach schon zu schnell beim Leveln sind. Wobei, ne, jetzt momentan haben wir hier Level 73. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Wälder dann auch noch machen können. Ja. Das Ding ist halt dann einfach, wenn wir die Wälder machen, Freunde, wenn wir das anfangen, dann werden wir das auch abschließen mit den Kapiteln, bevor wir dann nach Pandaria gehen. Ja. Auch wenn ich keine Level, keine Erfahrungspunkte mehr kriege, weil wir schon bereits 80 sind dann, mittendrin. Also wenn wir das anfangen hier, wenn wir sagen, wir jetzt irgendwie 78 sind und wir beginnen die Wälder von Terroakar, dann werden wir diese auch abschließen. Das ist bestimmt, weil ich will die Questreihen in sich schließen. Das will ich. Für dieses Projekt. So. Fände es auch cool, wenn wir hier noch diese Wälder machen könnten. Ich finde die sehr interessant eigentlich. Sporigerpilze haben wir gesammelt. Können wir essen. Ist in Ordnung. Und was dazu käme, wäre auch in Dornen. Da gibt es viele Instanzen, die wir dann machen könnten. Wären schon sehr, sehr interessante Sachen hier mit dabei. So. Jetzt aber erstmal zurück ins untere Viertel. Hier mal markieren, damit wir da auch richtig ranfliegen. Ihr seht hier diese Elfen. Ja, diese Blutelfen. Wobei, weißt du, eigentlich die Blutelfen sind ja eher Horde als die Aldor. Jetzt weiß ich nicht. Die Aldor sind halt tatsächlich, die sind eher Allianz freundlich. Die Blutelfen sind natürlich Horden freundlich, aber es sind Elfen. Und ich hätte ehrlich gesagt lieber die Draenei bei den Horden als die Elfen. Ich weiß nicht, was man sich da gedacht hat. Oh, ja, die Kinderwoche sind auch. Können wir natürlich nicht machen, weil wir hier beim Leveln überhaupt kein Event machen. Habe ich ja bereits schon gesagt. Also mal schauen können ist, ob... Äh, wo ist denn das? Das ist hier. Ob, ähm, hier, wo sind denn die Events? Erweiterungsfeatures. What the fuck? Tollbarat. Speziell. Ähm, wo ist denn hier? Weltereignisse. Dann haben wir hier Kinderwoche. Oh, eines fehlt mir hier noch. Erhalte das Ei des Kolumbus. Das schäfige Willi und das... Hm, fehlen alle drei. Speziell. Naja, werden wir uns später mal darum kümmern. Da ist er wieder. Er ist nicht ganz gestorben, Reich. Da ist er wieder am Saufen, der Typ. Ja, ein bisschen Brummschädel, aber lernt nichts dabei. Lernt einfach nichts. So. Salzalabim. Ihr ja nicht kommen zurück ohne Salzalabims Gold. Nun, Geschäft sein Geschäft, aber wenn euch Salzalabim euch sagen, ihr nicht böse werden. Ja, was? Nun, Geschäft sein Geschäft, aber wenn Salzalabim euch sagen, ihr nicht böse werden. Ja, ja, was sagen? Salzalabim zeigt auf die Blaupause. Seht ihr, wo Teufelskanone sind? Salzalabim zeichnet einen Pfeil, der einen Richtungswechsel anzeigt. Ihr dreht Teufelskanone um und richtet sie auf Gebäude. Wartet. Nicht durchdrehen. Ihr wisst etwas nicht. Vorarbeiter haben Schlüssel, um Kanone zu drehen. Ihr braucht erst Schlüssel. Einer von jedem Vorarbeiter. Nicht so leicht, was? Bringt Informationen zurück zu Altruis. Mach ich. Gar kein Problem. Also, die Kanone einfach mal umdrehen. Können wir natürlich machen. Hätte man auch selber drauf kommen können. Ja, wussten wir aber nicht. So, jetzt sind eigentlich die 45 Minuten vorbei, aber wir werden jetzt tatsächlich noch in das Herz gehen von Shadrat. da wo der Strahl vom Himmel runterkommt und werden hier schön brav die Quest machen. Wo denn? Wo denn? Nicht direkt bei ihr? Wenn wir das hier angehen, ein beruhigendes Licht erfüllt euch, als ihr auf den Naru zugeht. Sanfte musikalische Klänge schwingen in eurem Geist und obwohl kein Wort gesprochen wird, fühlt ihr euch sicher. Seid herzlich willkommen in Shadrat. Schön. Jetzt, ähm, gibt's hier aber irgend so'n Typen, der sollte uns eigentlich hier so'n bisschen, äh, rum, rumzeigen. Wer ruht? Nee. Oder habe ich mich da getäuscht? Was ist denn da? Spionage-Meisterin? Nee, nee, nee. Also, Freunde, das ist, äh, nicht mehr das, was es einmal war. Ich dachte, man konnte da... Erzmagier Katka ist auch hier. Grüß dich. Was ist denn das eigentlich hier in der Mitte? Habe ich noch gar nicht richtig angeschaut. Ist das... Das ist doch nicht Shadrat. Das sieht so wie... Das sieht nach Blutelfen-Sachen aus. Blutelfen-Stadt. Okay. Speziell. Naja. Naja. Gut. Also, Freunde, wir, ähm, werden hier keinen Rundgang machen, weil es einfach keinen Rundgang gibt, oder? Wie geht's? Doch, hier. Oder? Willkommen in Shadrat, Krieger. Dies ist vielleicht der einzige Ort der Scherbenwelt, in dem ihr so etwas wie Sicherheit empfinden könnt. Eine Gruppe von Nauru, die als Shadar bekannt sind, hat die Dämonen von hier fortgejagt. Wenn ihr noch nie einen Nauru gesehen habt, solltet ihr Adal auf der Terrasse des Lichts besuchen. Der Anführer der Shadar ist der ehrfurchtgebietende Anblick, den ich je gesehen habe. Ganz anders als alles andere in diesem öden Land. Sprecht mit Adal. Das sollte der sein. Genau. Okay. Dann sprechen wir mit ihm. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich die Quest, die ich gesucht habe. Tatsächlich. Das Licht, das euch... Das haben wir schon gehabt. Ja. Belästigt Adal nicht mit unnötigen Fragen, Ork. Nur der Wille dieses Wesens hält unsere Feinde davon ab. Was? Unsere Feinde davon ab? Wo denn? Erzählt ihr noch mehr? Davon ab, die Stadt zu zerschmettern. Okay. Was denn Khadgar? Echt jetzt? Khadgar? Belästigt Adal nicht mit euren unbedeutenden Fragenkrieger. Es ist vielleicht das mächtigste Wesen, das ihr je zu Gesicht bekommen werdet. Ihr kommt mir nicht bekannt vor. Ich nehme an, ihr wollt etwas über die Stadt erfahren. Ihr müsst schon entschuldigen, dass ich selbst keine Führung mache, aber ich muss einige Pläne mit Adal besprechen. Vielleicht wird er mit einem herbeigerufenen Diener an meiner Seite zufrieden. Ausgezeichnet. Ja, eine Führung. Lass eine Führung machen. Da ist er, Khadgar's Diener und der macht jetzt eine Führung. Führt unseren Gast in Schadrat herum. Gebt auf die Taschendiebe im unteren Viertel acht. Folgt mir, Fremder. Es wird lange dauern. Was? Es wird nicht lange dauern. So eine Lüge. Es wird lange dauern. Verdammt lange. Naja, wir machen jetzt diesen Rundgang. Finde ich cool. Wollen wir machen. Khadgar's Diener, Wächter von Rotmec. Khadgar selbst führt euch herum. Ihr müsst einen guten Eindruck hinterlassen haben, Rotmec. So ist es. Immer, immer. Einen guten Eindruck, das ist genau mein Ding. Rülpsen, Furzen und dann die Leute helfen uns. So sieht es aus. So what? So Khadgar's Diener, willst du mal was erzählen oder laufen wir hier nur herum? Unteres Viertel. Ah, er flüstert mir zu. Shadrat war einst die Hauptstadt der Dranai in dieser Welt. Ihr Name bedeutet Stadt des Lichts. Als die brennende Legion die Orks gegen die Dranai hetzte, brach die schlimmste Schlacht hier aus. Die Dranai. Wo ist es jetzt hin? Alter, da geht Rambazamba, da geht einiges ab. hier. Dranai haben mit Klauen und Zehen gekämpft, aber schließlich fiel die Stadt doch. Die Stadt lag in Trümmern und und Dunkelheit bis heute bis die Dunkelheit bis die Schatarr kamen. Lasst uns in das untere Viertel gehen. Ich werde euch warnen, dass Schatrat als einer der sichersten Häfen der Scherbenwelt viele Flüchtlinge aus allen Kriegen ob Vergangene oder Herrschende angelockt hat. Okay, viele Flüchtlinge da. Alles klar. Ich finde es so ein bisschen mühsam hier zu lesen. Es ist verdammt klein. Ich habe es sehr klein eingestellt. Hätte man auch größer machen können. Da sind die Nester Drachen. Ganz coole Truppe. Coole Jungs. Die Shakta oder aus dem Licht geborene sind die Naru die in die Scherbenwelt kamen um die Dämonen der brennenden Legion zu bekämpfen. Sie wurden von den Ruinen von Shadrat angezogen in denen ein kleiner Rest der Priesterschaft der Dranai in einem zerstörten Tempel an genau dieser Stelle seinen Riten vollzogen. Moment, bleib stehen. Die Priesterschaft, die als Aldor bekannt ist, hat ihre Stärke schnell zurückgewonnen, als sie hörten, dass die Naru zurückgekehrt waren und der Aufbau der Stadt begann. Der zerstörte Tempel wurde nun als Krankenlager für die verletzten Flüchtlinge genutzt. Alter, ist das richtig klein hier? Kann ich kaum lesen. Kann ich nicht lesen! Psst, aber was ihr sagt, alles geheimnisvoll da unten. Alles geheimnisvoll. Okay, also die Aldor waren bereits hier, als die Naru kamen. Ja, die Aldor, diese Dranai Priester haben hier also ihre Riten vollzogen und dann kamen die Naru und setzten sich hier auch nieder. Alle bekämpften die brennende Legion. Jetzt gibt es sicherlich was zu den Sehern, wie die hier hinkamen. Dranai und Blutelfen, die zusammen üben, aber es sind beide von den Sehern. Ein Dranai, ein einziger Dranai, der sich bei den Sehern angeschlossen hat. Sehr interessant. Jetzt gehen wir aber erst einmal raus. Das ist der Ausgang von Shadrat. Mal schauen, was er hier zum Ausgang zu sagen hat. Vielleicht erzählen wir auch noch eine Geschichte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das aufgebaut ist. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Stadt erneut angeriffen wurde. Diesmal kam der Angriff von Illidans Armee. Ein großes Regiment von Blutelfen wurde von Illidans verbündetem Kel-Tas Sonnenwandler geschickt, um die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Als das Regiment der Blutelfen diese Brücke überquerte, nahmen die Exarchen und Verteidiger der Aldor Aufstellung, um die Terrasse des Lichts zu verteidigen. Aber dann geschah das Unerwartete. Geh nicht weg, ich will dir nachkommen. Was passiert da dann? Die Blutelfen haben ihre Waffe vor den Verteidigern der Stadt niedergelegt. Die Anführer der Blutelfen Ältesten namens Vorental stürmte auf die Terrasse des Lichts und wollte mit Adal sprechen. Als der Naru auf ihn zukam, kniete Vorental vor ihm nieder und sprach folgendes Ich habe euch in einer Vision gesehen, Naru. Die einzige Hoffnung auf das Überleben meines Volkes ruht auf euch. Meine Gefolgsleute und ich sind hier, um euch zu dienen. Okay. Also die Seher wollten erst mal, dass sie angreifen. So, dann geht's weiter. Der Treuebruch Vorentals und sein Gefolgschaft war der größte Verlust, den Kells Streitkräfte je hinnehmen mussten. Und es waren nicht nur Blutelfen. Viele der besten und relatiertesten Gelehrten und Magister Kells wurde von Varonthal beeinflusst. Die Nauru haben die Abtrünnigen, die von da an als Seher bekannt wurden, aufgenommen. Ihr Zuhause befindet sich auf der Ebene über uns. Nur diejenigen, die von den Sehern initiiert wurden, dürfen sich dort aufhalten. Okay. Also, die Aldor waren hier, die Nauru kamen, sie wurden Freunde, die Seher wollten sie angreifen, haben aber dann sich den Nauru anschließen wollen und alle sind glücklich. Die Aldor sind die Gefolgsleute des Lichts. Vergebung und Erlösung sind Werte, die ihnen nur allzu vertraut sind. Dennoch haben sie unter Kells Befehl sehr kämpfen müssen, um die Taten der Blutelfen vergessen zu können. Viele Mitglieder der Priesterschaft wurden von genau den Magistern getötet, die geschworen haben, den Nauru zu dienen. Sie waren nicht sehr glücklich darüber, ihre Stadt mit ihren früheren Feinden teilen zu müssen. Der heiligste Tempel, der Aldor und die Wohlenstätte um ihn herum befindet sich auf der Terrasse über uns. Da es ein heiliger Ort ist, sind nur Initiierte dort willkommen. Die Angriffe auf Schadrat gingen weiter, aber wie ihr seht, fiel die Stadt nicht. Im Gegenzug führte der Nauru, der als Xiri bekannt ist, einen erfolgreichen Einfall in das Schattenmond Tal, direkt vor Illidans Haustür. Da geht noch richtig viel weiter. Wo ist der Haustür? Sind wir fertig damit, aber ich will mal wissen, wo wir da sind. Teilen zu müssen. Willkommen Haustür. Hier. Die beiden Fraktionen haben ihre Feindschaft jedoch nicht niedergelegt. Viel Glück. Hä? Was? Wo denn nieder... Alter, ich finde das ist echt mühsam hier zum lesen. Moment. ähm... Wo sind wir die haben feindschaftlich niedergelegt? Ihre Feindseiligkeit ist so groß, dass sie darum weiter wetteifern, wem die Ehre zuteil werden darf, den Naru dort zu helfen. Jeden Tag wird diese Entscheidung von Adal gefällt. Hier sammeln sich die Armen, um Adals Segen zu erhalten, bevor sie nach Schattenmuntal ziehen. Die Armeen! Ja, bevor sie Schattenmuntal ziehen. Khadgar sollte nun bereit sein, euch wieder zu treffen. Denkt daran, dass ihr euch, wenn ihr den Schatar dienen wollt, wahrscheinlich mit den Aldor oder den Sehern verbünden müsst. Wenn ihr jedoch das Wohlwollen einer dieser Gruppen erarbeiten möchtet, müsst ihr den Hass der anderen in Kauf nehmen. Viel Glück und willkommen in Shatrad. Ja, gut. Okay, alles klar, eigentlich war alles schon vorher klar. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die Geschichte. Wie gesagt, erst waren die Aldor hier, dann kamen diese Naru, dann haben sie verbündet, dann griffen die Seher an, die verbündeten sich auch, die hassen sich aber trotzdem und hier, die sind einfach nur der Boss. So sieht's aus. Ich hoffe, ihr habt etwas über Shatrad erfahren, Rodmack. Lasst es einfach auf euch wirken. Ja, tue ich. So, jetzt können wir uns entscheiden hier. Die Frage, wollen wir das schon? Lass mal warten. Oder? Ja, komm, lass mal warten. Wir haben jetzt über eine Stunde gespielt. Wir warten damit noch, bis wir dann auch wirklich tatsächlich da sind, um da weiterzumachen. Ich werde jetzt erstmal den benutzen. Dann gehen wir zurück und machen eigentlich da weiter, wo wir eigentlich aufgehört haben, und zwar in Nagrand. Denn da wollen wir ja, eigentlich die Konstruktionslager zerstören. Jetzt haben wir uns da ein bisschen lange aufgehalten in Shatrad. War nicht schlecht, haben wir ein bisschen was über die Story erfahren, auch wenn es sehr, sehr mühsam war, das so zu lesen. Ja, das mit den Texten hier auf der Seite im Textfeld, das ist einfach so sehr, sehr anstrengend. Aber wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen und werden darüber gehen zum Konstruktionslager Hass und werden dann da die ganzen Konstruktionslager zerstören. Danke euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch Kommentare lassen und natürlich abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video auf meinem Kanal verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Rotmeck. Ciao! Ciao!